So, liebe Grüße aus Burma. Ich bin hier vor dem Grundstück unseres Straßenkinderzentrums, das wir jetzt errichten werden. Hier im Hintergrund sieht man bereits, wie wir die Kanalisation errichtet haben. Da gibt es jetzt keine Überschwemmungen mehr. Und sollte alles gut gehen, werden wir im November mit den Bauarbeiten beginnen können. Und dass es genug Kinder in der Umgebung gibt, das habt ihr ja gesehen. Es gibt viele Slums hier, die nicht wissen, was sie mit ihren Kindern untertags machen sollen. Und die werden halt bei uns dann verpflegt, ausgebildet, bekommen Nachhilfeunterricht und wir kümmern uns um ihre schulische Fortbildung. Ja, und danke Ihnen ist das auch alles möglich. Und wir hoffen auch, dass Sie uns weiterhin unterstützen. Also, liebe Grüße aus Burma. Vielen Dank und Tschüss.